4.16 Uhr Zeit zum Aufstehen 4.16 Uhr Zeit zum Aufstehen 4.16 Uhr Zeit zum Aufstehen Es ist mal wieder so weit. Diese Woche geht es wieder nach Essen zu Lead Energy und ich werde vor Ort arbeiten. Also freue ich mich zum einen und zum anderen habe ich auch mehr für euch zu zeigen Hallo Tschüss, schönen Tag Einmal Caffee Latte Venti und einmal Americano Venti Zum Mitnehmen bitte Jawohl, ihr seid die Besten Danke Danke dir vielmals Welcher ist? Das ist Americano Okay, perfekt. Super, danke dir Danke So, in Düsseldorf sicher angekommen, jetzt werde ich abgeholt Und dann geht es zu Lead Energy ins Office Also, wir sehen uns dort Großen, Schwarzen Du bist jetzt nicht, danke Das ist deiner Hallo Hallo So, kurz vor 11 Uhr, er ist jetzt angekommen Ordentlich Einen herzerfrischenden guten Morgen Herrschaften Hallo 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 Wassup Wer sitzt da? Na, wer sitzt denn da? Wer ist das? Wer ist das? Das ist unser CTO Halt die Laredne Halt die Laredne Die Chetendon Hast du tolles? Machst du ein Foto jetzt gerade? Nein, ich mache sowas wie ein Lob Hier läuft bei uns, oder? Ja Wer bist du? Ich bin der Babo hier Der Babo hier Das ist der Mitgründer, der Babo Der Babo, ja Der Babo Andreas Bisschen chaotisch aus auf unserem Tisch, ne? Weiß ich nicht Kann ich fahren Wer bist du? Achso, ne, ich fahre Theresa Erzähl mal Theresa, was macht Theresa Was macht Theresa bei uns bei Lead Energy? Nein Geh weg Ich soll weggehen Warte, ciao Was macht Theresa 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 Als erstes möchte ich passend zur Jahreszeit und zur Geschenkezeit euch ein Produkt präsentieren, was wir... Ja, das war es eigentlich von dir. Dini, danke schön. Ja, doch. 19 Uhr, ich bin endlich im Hotel, jetzt geht's zum Abendessen in die Stadt. So, endlich im Hotel angekommen, wir haben hier jetzt schon 10. Ich würde es wahrscheinlich gar nichts mehr machen, duschen und schlafen. Es war ein langer Tag, ich bin viertel nach vier aufgestanden und jetzt haben wir 10 abends. Mir reicht's für heute genug erledigt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, abonniert meinen Kanal, um mich zu verpassen, vielleicht gibt's hier auch was Interessantes und danke, dass ihr eingeschaltet habt, bis zum nächsten Mal, peace. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. I saw somebody out there crying.